Ja, ich bin der Sascha von den Forum-Helden und vom Wunderkessel. Ja, ich bin der Geschäftsführer von den Forum-Helden und der Wunderkessel wiederum gehört ja zu den Forum-Helden. Den Wunderkessel, den Channel, den habt ihr ja eigentlich ins Leben gerufen und ist ein Projekt gewesen, was aus der Community kam. Kai, den ihr jetzt an dieser Stelle erwartet hättet habt, der ist leider nicht mehr bei uns, genauso wie unsere Community-Managerin Hannah. Ja, so mussten wir uns in den letzten zwei Jahren, so lange ist das schon her, neu orientieren und haben wirklich viel ausprobiert, den Wunderkessel neu zu gestalten und uns neu auszuprobieren. Das hat aber ehrlich gesagt nicht so richtig funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Jetzt vor einem halben Jahr ungefähr haben wir Jakob getroffen. Dann werde ich euch gleich noch vorstellen, weil der ist nämlich hier hinter der Kamera und dreht gerade. Und zwar, wir sind auch umgezogen. Ja, unsere Firma ist zwar noch in dem gleichen Ort, aber wir sind in ein anderes Gebäude gezogen. Damit hat sich halt auch die Küche verändert, die konnten wir nämlich leider nicht mitnehmen und mussten halt ein neues Studio bauen. Ja, Jakob kommt doch mal einfach dazu, dann kannst du ja ein bisschen was erzählen. Er hat natürlich auch dabei mitgeholfen, das neue Studio halt zu gestalten und einzurichten. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf dem Wunderkessel-Kanal. Ich bin Jakob, ich bin Jakob, ich bin Jakob und heute zeige ich euch ein Rezept aus dem Wunderkessel-Forum. Ich bin Jakob, ich bin 19 Jahre alt und habe das Team jetzt seit Sommer diesen Jahres unterstützt, dabei neue Videos für den Wunderkessel-Kanal zu produzieren. Ja, hallo, das bin ich, Jakob. Videos brutze ich schon länger hobbymäßig und jetzt seit ca. einem halben Jahr auch selbst vor der Kamera. Für den Wunderkessel-Kanal koche ich wöchentlich eure Rezeptvorschläge aus der Community des Wunderkessel-Forums nach. Das heißt, hier werden auch zukünftig wieder wöchentlich neue Videos erscheinen. Die Auswahl wird wie gewohnt von bis sein. Egal ob süß oder herzhaft. Rezepte, egal welche Herkunft. Dieser Kanal ist und bleibt ein Community-Projekt. Das heißt, wir setzen weiterhin auf eure Vorschläge und Ideen. Somit habt ihr auch die Möglichkeit, aktiv mitzugestalten. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir euch doch jetzt mal mit ins neue Studio. Nehme ich das hier mal mit und wir sehen uns gleich im neuen Studio. Tschüssi. Und da wären wir. Das hier ist jetzt unser neues Studio. Von hier werden alle neuen Videos kommen. Und übrigens, das neue Video kommt bereits Freitag. Ich hoffe, das neue Studio gefällt euch genauso gut wie uns und ihr schaltet dann am Freitag auch wieder ein, wenn wir wieder ein Rezept aus unserer Wunderkessel-Community nachkochen. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund. Ich bin raus. Ciao. Ciao. Ciao.